Und willkommen zurück bei Minecraft, dem ultimativen Survival Game für eure Wohnstube. Ich habe mir gerade mal hier diese Insel als Domizil erwählt. Und werde auf ihr die Nacht verbringen, auch wenn das jetzt etwas langweilig ist, aber ich könnte hier den Baum wegnehmen. Habe ich eine Axt dabei? Nein, ich habe natürlich keine Axt dabei, dann mache ich das Bahnbetrieb. Ja, also wir sind eigentlich gerade auf Lehmsuche und haben uns auch so ein bisschen was von dem Zeug besorgen können. Aber leider wurden wir dann unerwartet von der Nacht überrascht und sind dann quasi nach mehreren Fluchtversuchen auf dieser Insel hier gelandet. Die wir jetzt erstmal als Save-Punkt definiert haben. Ich hoffe, hier kommt kein Viech von drüben an. Nee. Irgendwie schnappe ich hier in der Zwischenscheite, damit die Nacht nicht allzu langweilig wird. Ich werde ein bisschen Holz weg. Kann man ja auch immer gebrauchen. Und da werden wir mal sehen. Also eigentlich wollte ich mir auch ein Schaf besorgen, aber das hat nicht so geklappt. Die waren alle weg. Das waren alles Schweine geworden. So, Holz, Holz, Holz. Das war viel Holz in dem Baum drin. So. Jetzt müssen wir wirklich warten, bis die Nacht vorbei ist. Aber wie man hier sieht, gab es auch schon den einen oder anderen Creeper-Besuch. Naja. Ich kann das ja mal ein bisschen hier so, ne. Damit man das nicht so sieht, was hier passiert ist. Ein bisschen die Wahrheit vertuschen. Das machen wir immer gerne. So ist die neue und letzte Erde hier mit. So. Muss ja keiner erfahren, dass wir ja fast von Creeper in die Luft gesprengt worden wären. Dass wir quasi reingerannt sind. Aber auch nur, weil der so eine scheiß Tarnfarbe hat. Warum können Creeper nicht so... Da drüben sind zwei Endermen. Rot-Weiß gestreift sein. Der Pilz hat sich gerade verdrückt. Okay. Dschungel ist ja übrigens ein Apfel. Was war das denn? Nein. Ach, das ist ein Slime. So, okay. Erstmal müssen wir den Endermen nicht angucken. Wir dürfen ihn nicht angucken. Was ist denn das für eine elende Gakel? Und ich habe hier fünf Bäume aufgesammelt. Die gehe ich gleich mal auf der Insel anpflanzen. Einfach nur, damit ich hier irgendwas zu tun habe. Und ich hoffe echt, dass es bald Tag wird. Ich sehe dich nicht, Endermen. Ich sehe dich nicht. Ich bin schon weg. Aber ich kann mich jetzt auch nicht von der Insel runterbegeben, weil... Sag mal, wird das auch mal langsam. Oh Gott, das dauert noch ewig, je das Tag wird. Oh, der Enderman ist ganz in der Nähe. Ich gucke ihn nicht an. Ich bin nicht da. Hallo, hallo, hallo. Enderman. Okay, da drüben ist das einer. Wo der andere hin ist, weiß ich gerade nicht. Da drüben sind die beiden. Oh je. Los, wer Tag. Ich habe keinen Bock mehr. Wie viel... Oh, zum Glück haben wir einiges an Lehm gefunden. Den Pilz brauche ich jetzt auch nicht. Den kann ich auch mal wieder hinstellen. Kann man keine Pilze mehr hinstellen? Was ist denn das für ein Quatsch? Früher konnte man noch immer Pilze sonst so hinstellen. Habe ich zu welchen Knochen eingesammelt? Ne, wieder auch nicht. Was ist denn das für ein Arschloch? Spawnt diese Mistfigur einfach hinter uns? Da habe ich gerade hier alle Löcher gepflegt. Also ich würde echt gerne den Tag an der Stelle vorziehen. Aber wo kam denn der Creeper jetzt her? Also wir sind eigentlich auf der Insel weit genug von allen entfernt, dass das uns nicht sehen dürfte. Aber trotzdem hat der es irgendwie geschafft hinter uns aufzutauchen und unerwartet bumm zu machen. Und natürlich schafft man in dieser Art von Panik es nicht gleich, sein Inventar zu schließen und wegzulaufen. Deswegen war das etwas überraschend im Moment jetzt. So, das geht unter. Was ist denn da oben drauf? Noch ein Apfel. Ach schön. Noch mehr Saplings. Mein Güte. Was soll ich denn mit den ganzen Krimskrams anfangen? Scheiße, könnte ich es mal mitnehmen? Für unseren Wald dort hinten, aber dafür ist mir jetzt der Inventarplatz zu schade. Und auch zu schade ist er mir eigentlich für... Hm. Hier, String brauche ich nicht. Ich sagte etwas. String brauche ich nicht, aber wenn der Tag angebrochen ist, nehme ich mal wieder alle Fackeln mit. Kann man Pilze eigentlich nur an Bäume setzen? Ist das so? Nö. Das hat doch vorhin geklappt. Na, komm, ich will einen Pilz hier haben. Ach, Unterwasser kann ich hinsetzen. Was ist denn das für ein Quatsch? Gibt es eigentlich Unterwasserpilze? Weiß ich gerade mal gar nicht. Hinten kommen zwei Zombies an. Okay. Haben die mich gesehen? Nö, ich glaube nicht. Na gut, dann beginne ich mal damit, hier die Fackeln wegzumachen. Damit wir da auch mal welche wieder haben. Ja, aber... Diese Slimes, ey. Der macht auch einen Lärm. So. Oh, viere gleich. Naja, ich mag ja auch Schleimklötze, weil die können wir vielleicht in der einen oder anderen Technologie noch verwenden. Aber die sammle ich mal alle ein. Und da werden wir mal sehen. So. Wir suchen uns erstmal... Irgendwas wie ein Schaf. Damit wir... Also wenn es irgendwo raschelt, bin ich schon sehr nervös. Also wir suchen uns ein Schaf. Da oben sind Schafe. Yay. Schafi, Schafi, Schafi. Kommt mal her. Und hinterher ist ein Dschungel sogar. Ui. Habe ich eigentlich ein zweites Schwert? Ne, ne? Hm. War wieder sehr schlau von mir. Egal. Ich begebe mich da erstmal in Land und hole mir da mal ein bisschen Wolle von so einem Schaf runter. Und baue mir daraus erstmal ein Bettchen. So, ähm... Das hier. Und dann werden wir uns mal... Ein Schäfchen vornehmen. Na, komm mal her, du. Ich bin der lustige, hüpfende Schäfermann. Und du hast gleich... Weniger Wolle dran. So, und da ich gerade noch dabei bin... Nehme ich ja gleich mal ein bisschen mehr Wolle mit. Kann ja nicht schaden. So, mal gucken. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ähm... Ich bin so quasi ein Ausläufer in der Berggegend, würde ich behaupten. Weil da hinten ist ja die Stadt ungefähr. Denke ich mir. Äh, egal. Wir haben ja immer noch den heiligen Auftrag, uns ein Bett zu basteln. So hier. Ähm... Hm, 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 hm. Achso. Ich mache ja auch ein bisschen Blödsinn. Erstmal muss ich ja das hier machen. So, 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 so. Na, so, so. So, 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 so. So, so, so. Wenn ich zu viel so sage, dann... Kann das sein, dass ich doof bin. Mann, ich kriege nicht mehr hin, ein Bett zu bauen. So, so, so. Genau. Haben wir ein Bettchen, das können wir da mal unten drinnen lassen. Dann haben wir noch ein bisschen Wolle. Wir haben noch ein bisschen Planks. Die mache ich gleich mal zu Stickys. Einfach nur, damit sich besser ins Inventar einordnen. Das eine Holz kann weg. Oder auch nicht. Und den Rest behalten wir erstmal so drinnen, bis wir wieder Platzprobleme haben. So, ich habe hier irgendeine Schippe hier, die gleich kaputt geht. Wenn die kaputt geht, haben wir wieder einen Platz frei. Das ist eigentlich ganz gut. Und ich gucke mal, was die Gegend hier so zu bieten hat. Ich meine, wir haben ja ein... Äh, ein Wüstentempel haben wir. Und ein Dschungeltempel, so, wäre auch nochmal nicht schlecht, den hier zu haben. Aber man weiß es halt nicht. Und eigentlich wollte ich ja Leben suchen, aber ich strödele halt auch mal gerne durch die Landschaft. Schupp, 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 schupp. Da ist ein bisschen Kohle in der Wand. Die können wir uns vielleicht auch gleich mal mitnehmen. Diese Schweine. Hier ist einiges an Kohle in der Wand und auch ein Höhleneingang. Da gucke ich erstmal, ob der safe ist. Der ist leider nicht allzu safe. Das finde ich jetzt nicht so geil. Und der ist auch relativ groß übrigens. Ähm. So. So finde ich das schon besser. Also wenn wir eine Höhle erkunden wollen, dann haben wir auch bei uns in der Heimat genügend Möglichkeiten, das zu tun. Wir müssen jetzt hier nicht in jede Höhle reinkriechen, die wir auf dem Weg finden. Das wäre jetzt was ziemlich spannend, aber das ist auch der Grund dafür, weil ich habe keine Lust, den Herzkasper zu kriegen. Nur weil dann da ein Krieger auf uns herabregnen. So. Aber Kohle nehme ich natürlich gerne mit. Während mir draußen die Schweine ins Ohr grunzen. Alle Kohle weg, ja. Mhm. Also tolle Bauplätze gibt es hier in Minecraft quasi unendlich. Weil zum Beispiel diese Höhle hier wäre auch ein toller Bauplatz mit dem Dschungel gleich nebendran. Aber wir haben uns ja bereits für einen anderen Ort entschieden. Oder beziehungsweise ich mich. Aber so ist das nun mal. So. Kohle nehmen wir auch gerne mit. Da können wir auch den Backstein gleich verarbeiten. Und können vielleicht irgendwann auch mal die Dächer von der Stadt fertig kriegen. Aber mal gucken. So. Kohle, 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 Kohle. Eigentlich ganz praktisch, dass die Kohleflötze relativ groß sind. Weil man braucht doch wirklich für einige Sachen Kohle. Nicht nur für Backstein, auch für Eisen. Für normalen Steinen braucht man Kohle. Also ein recht beliebter Rohstoff möchte man sagen. Zumal er einen auch durch den Fackebau vor fiesen Viechern schützen kann. So. Also ich baue immer gerne irgendwelche Eingänge, von denen ich nichts wissen will, zu. Weil da kommt da nichts rein und da kommt da nichts raus. Und das finde ich ganz gut. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Tom Sawyer, falls die Geschichte jemand kennt. Von lieben Herrn Twain, von Mark Twain. Und da ging es ja auch in gewissen Teilen darum, dass halt bei einem Schulausflug Teile einer Klasse quasi in eine Höhle zurückgeblieben sind. Das heißt zwei Leute quasi und die mussten sich da auch durch diese Höhlenstruktur herausfinden. Und das war eigentlich relativ spannend geschrieben. Ich glaube das zweite Buch, was ich von dem Herrn Twain eigentlich gelesen habe, war ein Yankee an König Arthurs Hof. Auch so ein bisschen humoristisch gehalten. Also man muss sich halt vorstellen, wenn ein Mensch des 20. Jahrhunderts quasi, des späten 20. Jahrhunderts, durch einen blöden Zufall auf einmal im Mittelalter von König Arthur landet. Das war ja noch so ein bisschen vor dem Mittelalter. So ganz frisch ist der Knabe ja auch nicht. Aber ist das schon sehr witzig. Jetzt muss ich mal gucken, ob... Äh, Schippe kaputt. Äh, neue Schippe an Start. Wir haben ja genug. Und dann geht es hier mal weiter. Ich mache das mal von hier oben, wie gesagt. Dann sehen wir besser, was abgeht. Ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig, wenn ich irgendwo ins Wasser runter sinke. Weil es kann ja sein, dass das unser letzter Absacker gewesen ist. Ich glaube langsam haben wir auch erstmal einiges an Lehm gesammelt. Aber den Dschungel möchte ich mir gerne doch nochmal angucken. Äh, äh, äh. Zack. Man müsste echt sowas wie eine Taucherflasche hier bauen können, aber... Das würde nicht ins Ambiente passen. Das wäre ein bisschen schade. Äh, wir haben keinen Platz mehr. Wir haben Platz. So, äh, 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 ich weiß doch. Mann. Oder eine Schnorchel zumindest. So, wie viele Stacks haben wir jetzt eigentlich? Wir haben... Äh, man sollte nicht im Wasser ins Inventar gucken. Das ist nicht so gut. So, wir haben jetzt, ähm... Einiges an Stacks. Also ich gucke mir nochmal den Dschungel an. Und dann retariere ich wieder zurück, würde ich sagen. So, äh, Brot hatte ich auch noch irgendwo. Aber ich fresse mir die komischen Melonen lieber. Weil die halten sich nicht so lange wie Brot. So. Dauert natürlich etwas länger. Da ist ein Wasserhuhn. So. Da schnapp ich mir wieder mein Schwert, das nicht mehr allzu frisch ist. Aber was soll's. Und gucke mir mal hier ein bisschen Dschungel. An der oben sind Kakaobohnen, aber... Ja, mit dem weiß ich zur Zeit auch noch nichts anzufangen. Aber hier ist ein schöner Dschungel. Ein relativ großer Dschungel fällt mir gerade auf. Das ist nicht schlecht. Und also mir wird bald die Sonne untergehen. Naja. Ich würde sagen, wir gucken uns dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen den Dschungel hier an. Vielleicht finden wir da irgendwas Tolles. Oder auch nicht. Ja, aber bis dahin würde ich erstmal sagen... Wie auch immer. Tschüssi und auf Wiedersehen.